Der Herr Caruso erhöht ein Auge, Kopf und Traumschutz für Modellpiloten. Und zum Beispiel auch für den Sprecher, ich habe mich nicht mehr angegräbt, ich werde vorhin den Sprechern aufsehen und dann ab 14.45 Uhr eine Stunde lang der Stefan Zehner hat über Speedflug, über JT. Aber jetzt kommen wir zum Kankslot der Firma Sturz. Als Gleiches, Deutschland für Wieschert ist das aber nicht. Die Firma Sturz. In letzter Zeit steht im Sprechern. Zurück der Rote, der Herr Traumann, der Chef, auch der Stand von der Firma Sturz. Der Herr Traumann, der Dienste, der Prinke, Simon Controla, präsentiert uns hier mit seiner 700 E. Und jetzt sehen wir die Oberfläche der Bremse zum Platz. Applaus 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 Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. der LZB uns geschafft hat hier zum Beispiel drei Kobliks aus dem Hause Friede. Ein Motor, ein Auffassen Motor, ein Neuer 7.0. Simon, Warnbach, über den von der Stimpleits und ebenfalls zur über den Stimpleits.